Hallo, dies ist ein kleines Zusatzvideo mit ein paar zusätzlichen Informationen, die man nicht unbedingt braucht, wenn man sich die weitere Vorlesung anhören möchte oder auch wenn man das verstehen will, was wir schon besprochen haben. Aber was durchaus interessant sein kann, wenn einen die Farbgestaltung ein bisschen interessiert, wenn man also vielleicht noch etwas genaueres über diese Farbmodelle wissen kann. Wenn euch sowas interessiert, dann geht doch mal auf diese Internetseite hier, die Adresse blende ich jetzt hier unten mal ein und dann seht ihr einen kleinen, ganz einfachen Farbmodell-Explorator, mit dem man so ein bisschen was mal ausprobieren kann. Und ich möchte euch den ein kleines bisschen vorführen, weil man daran eigentlich relativ schön sehen kann, was ich euch über die Farbmodelle so erzählt habe. Und auch noch eine kleine zusätzliche Information möchte ich gerne unterbringen, nämlich dass eine Sache, die man mit Farbmodellen vielleicht gerne machen würde, vor allen Dingen mit den HSL- und HSV-Farbmodellen, leider so nicht funktioniert. Schauen wir uns mal das an. Was sehen wir hier? Wir sehen natürlich hier auf der rechten Seite immer eine Farbe und auf der linken Seite haben wir ein paar Regler. Gut, wir sehen jetzt hier die gleiche Farbe, einmal als RGB und einmal als HSV. Und hier oben gibt es ein paar Farben, die kann man mal so ganz direkt auswählen. Fangen wir doch vielleicht einfach mal mit so einem ganz leuchtenden Blau an. Das ist 00255, also reines Blau. Und wenn man sich das in HSB oder HSV anguckt, hier steht es, dann haben wir 240 Grad, das ist Blau und dann haben wir Sättigung und Wert jeweils auf genau 100. So, was man jetzt machen kann, ist man kann hier oben auf, oder hier unten besser gesagt, auf Farbton rotieren klicken. Und jetzt schaut mal, was passiert. Jetzt läuft dieser Regler hier durch und ihr seht hier oben, was mit den RGB-Werten passiert. Und was man da jetzt sieht, ist quasi, wenn man sich den Würfel nochmal vorstellt aus der Vorlesung, man läuft jetzt quasi die Kanten des Würfels ab. Das ist das, was man da gerade sieht. Nochmal da draufklicken, dann hört das auch wieder auf. Machen wir nochmal diesen Wert hier. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das mit Sättigung und Value so auf sich hat. Ich habe ja gesagt, man kann es sich vorstellen, dass man eine Folie darüber legt und diese Folie hat eine Transparenz. Das ist einmal entweder teiltransparent weiß oder teiltransparent schwarz. Und genau das können wir hier auch gut simulieren oder sich uns hier klar machen. Sättigung waren ja die teiltransparent weißen Folien, die man drüber legt. Bei 100% ist es komplett transparent. Und jetzt guckt mal, je weiter ich hier nach links gehe, desto weißer wird das Ganze, desto mehr weiß kommt hier dazu. Hier müssen wir wieder zurück. Und je mehr ich hier nach links gehe bei Value, das ist die schwarze Folie entsprechend, desto mehr schwarz kommt dazu. Bis ich hier unten natürlich bei ganz schwarz lande. Gut, das kann man sich ja relativ schön so vorstellen. Wie sieht es im HSL-Modell aus? Jetzt haben wir hier die gleiche Farbe nochmal dargestellt in HSL. Und ihr seht jetzt hier, jetzt ist der Leitnisteil nur bei 50%. Denn der Vorteil von HSL war ja, dass ich eine Helligkeit von immer ganz schwarz bis ganz weiß in einem solchen Regler habe. Und wenn ihr euch mal anguckt, was beim HSB-Modell, HSV heißt es ja hier, passiert, wenn ich diesen Leitnisteil hier schiebe, dann passiert Folgen, was ihr seht. Also erstmal, die Null ist natürlich immer so eine Sache, aber sobald wir hier 1% haben, schaut mal, jetzt geht erstmal dieser Value hinauf, also die Brightness, bis ich die Brightness bei 100% habe. Und dann geht die Saturation runter. Das heißt, das ist genau das, was hier passiert. Das ist dieser Lightness in 1 durchgehend. Und die Saturation gibt natürlich an, wie sehr das eine Farbe ist oder wie sehr das ein Grau ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine, also wenn ich die Saturation auf 0 setze, dann habe ich einen Grauwert, den ich hier verstelle. Wenn ich die Saturation auf 100 setze, habe ich einen Farbwert, den ich hier in der Helligkeit verstelle. Und hiermit gebe ich quasi das Mischungsverhältnis daraus an. So, das ist ja eigentlich alles schon mal ganz schön. Das kann man sich auch relativ gut vorstellen. Man kann das auch für andere Farben mal ausprobieren. Zum Beispiel für so einen gemischten Ton wie diesen hier. Eigentlich ein sehr angenehmer Farbton, finde ich. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auch mal die Farben rotieren lässt, ja, dann sieht man relativ schön, dass hier auch wieder dieses Spielchen passiert. Allerdings nur auf kleinerem Rahmen. Man nutzt also nicht das komplette Spektrum aus an dieser Stelle. Und da kann ich euch nur mal zu einladen, damit einfach mal ein bisschen zu spielen. Also zum Beispiel das Ganze mal anzuhalten und jetzt mal zu gucken, was denn eigentlich passiert, wenn ich hier die Saturation runternehme. Guck mal, dann laufen die Punkte alle aufeinander zu und zwar alle auf diesen Maximumbetrag laufen die zu. Während wenn ich an Value runtergehe, dann laufen die alle nach unten zusammen. Also so kann man sich den Zusammenhang zwischen RGB und HSV oder auch RGB und HSL schön klar machen, sich schön überlegen. Wir können hier auch ein schönes Problem sehen, nämlich das dieser gesättigten, angeblich gesättigten Farben im HSL-Farbmodell. Machen wir mal HSB aus, gucken uns mal nur HSL jetzt hier gerade an und nehmen mal diese Farbe hier. Das ist ja so ein, ja was ist das eigentlich für eine Farbe? Machen wir mal weniger hell, ja so ein rot. Also ein ganz helles rot ist es. So und das machen wir jetzt sehr hell. Ich klicke mal nochmal hier drauf. So und diesem HSL entsprechend wäre diese Farbe jetzt beschrieben als eine voll gesättigte Farbe und das ist genau diese schlecht nachvollziehbare Eigenschaft. Also man würde das nicht so beschreiben. Und im HSV-Farbmodell ist das auch nicht so, denn da, wenn ihr da mal guckt, dann habt ihr jetzt hier die Sättigung und die Sättigung steht hier nur bei 6%. Das ist also gar keine voll gesättigte Farbe. Ich könnte die jetzt stärker sättigen, indem ich das hochschiebe. Das würde im HSL-Modell genau nämlich die Lightness auch wieder runternehmen. Dann noch ein Phänomen und das ist genau dieses Problem, was man vielleicht hat, wenn man versucht, mit diesem Modell ähnliche Farben zu finden. Und man könnte ja auch mal sehr einfach versuchen und sagen, ich halte mal einfach immer Saturation und Value fest und schiebe diesen Hue-Regler durch die Gegend. Und dann müsste ich ja eigentlich lauter Farben mit der gleichen Sättigung und der gleichen Helligkeit bekommen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich klicke mal hier auf Farb, so Ton rotieren und jetzt achtet mal hier drauf, ob die immer gleich gesättigt und gleich hell erscheinen. Vor allen Dingen auf die Helligkeit. Achtet mal. Und dann fällt euch garantiert auf, dass das nicht so erscheint. Das Gelb wirkt sehr hell und jetzt wird es gleich blau, jetzt wird es dunkelblau und jetzt wird es gleich wieder hellgelb. Also das scheint zu schwanken. Und das liegt daran, dass diese Farbmodelle hier alles technische Farbmodelle sind und überhaupt nicht bedenken, dass unsere Zapfenverteilung, die Menge der Zapfen für verschiedene Farben, für verschiedene Wellenlängen nicht gleich ist. Das habe ich bisher auch noch gar nicht erzählt, aber es ist so, dass unser Wahrnehmungssystem sehr viele Zapfen hat in diesem gelb-grünen Bereich, etwas weniger in diesem gelb-roten Bereich, so waren ja die Wellenlängen verteilt, aber ganz wenige im blauen Bereich. Und das kann man sich klar machen, wenn man ein Farbmodell nimmt, statt dieser HSB und HSL, was das mit berücksichtigt. Und dieses CLH-Farbmodell, was ich hier habe für Chroma Luma U, ist genau so ein Farbmodell, wo diese Menge der Zapfentypen mitbedacht ist. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich jetzt diese Farbe nochmal nehme und lasse hier den Farbton rotieren, dann achtet mal hier drauf, was hier ist. Das ist die Helligkeit und das ist die wahrgenommene Helligkeit des menschlichen Auges. Und dann seht ihr, dass das teilweise stark schwankt, aber es geht auch einher mit diesem Eindruck, den man hier hat. Halten wir das mal an und gucken uns mal so pure Farben an. Und jetzt gucken wir mal, wie das ist, wie hell ist denn blau? Und ihr seht, blau ist ziemlich dunkel, der Luma-Wert ist nur bei 7. Hingegen, wenn ich rot nehme, haben wir 21 und wenn ich grün nehme, haben wir 72. Naja, und die Kombination aus rot und grün, die ist nun mal gelb und dann liegen wir sogar bei 93. Klar, die hellste Farbe, die man herstellen kann, ist natürlich weiß. Dann landen wir bei einem Helligkeitswert von 100. Das ist soweit logisch. Aber gelb ist die bei weitem hellste Farbe, die ich erzeugen kann. Alle anderen sind weniger hell. Auch dieses Magenta ist zum Beispiel nicht so hell und auch Cyan ist nicht so hell. Gelb ist der hellste Ton, den wir hier so erzeugen können. Von den Farben, von den reinen Farben. Was wir jetzt noch hier haben, ist das Phänomen, dass wir das ja auch hier mal machen können. Wir können ja zum Beispiel sagen, wir nehmen mal diesen Farbton und drücken hier mal auf Farbton rotieren. Dann bleiben diese Regler hier stehen. So, und dann seht ihr, dass hier das Ganze rotiert. Es kann gut sein, dass ihr hier immer noch Helligkeitsunterschiede wahrnehmt. Das liegt dann daran, dass eure Bildschirme nicht optimal sind. Kaum ein Bildschirm ist komplett richtig kalibriert und dadurch ist die Farbwiedergabe nicht ganz korrekt. Eigentlich müsstet ihr jetzt hier in der gleichen Helligkeit und in der gleichen Sättigung hier auf der rechten Seite diese Farbrotation sehen. Das ist wahrscheinlich bei eurem Bildschirm, wie bei meinem auch, nicht so ganz der Fall. Nehmen wir mal einfach an, das wäre so, wir hätten einen kalibrierten Bildschirm. Und ihr seht, wenn diese Werte festhängen, wie dann in dem HSV-Modell, aber auch im HSL-Modell, alle Werte hin und her wandern. Dieses hier kann man tatsächlich dann benutzen, um, wir können das ja mal anhalten, um also tatsächlich einen anderen Farbton zu suchen, der zumindest in etwa in der gleichen Helligkeit und gleichen Sättigung vorliegt. Das Problem ist, ich kann in diesem Modell auch was einstellen, was es gar nicht gibt. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel diesen Farbton hier nehme, also volles Krummer, vollgesättigt und ziemlich dunkel. Naja, noch dunkler geht Blau, aber noch heller geht Blau nicht. Und seht ihr, sogar auch dunkler geht nicht. Jetzt haben wir nämlich hier Werte. Wenn ich jetzt also ein helleres Blau einstelle, was haben wir denn jetzt hier für Werte innen auf einmal? Hier haben wir auf einmal das Byte überlaufen lassen mit 441 und hier auch in HSL und HSV kommen auch ganz absurde Werte raus. Minus 219% bei Sättigung und 123% Leibniz. Das heißt, es gibt Farbwerte, die ich hier definieren kann, die ich im RGB-Farbmodell gar nicht darstellen kann. Deswegen hatte ich hier so eine schöne Farbe, so mit so einer mittleren Sättigung genommen, da geht das nämlich. Aber wenn ich jetzt anfange und sage, ich möchte diese Farbe gesättigter haben, dann kommen ständig diese Warnungen hier und ihr seht ständig diese überlaufenden oder unterlaufenden Werte hier. Das funktioniert also überhaupt nicht. Das heißt, Farben gleicher Helligkeit und Sättigung geht nur in einem so mittleren Bereich mittlerer Helligkeit und mittlerer Sättigung. Das ist teilweise tatsächlich eine Einschränkung unseres Wahrnehmungssystems. Das heißt, dass wir tatsächlich Blautöne dann dieser Art, die sie zum Beispiel gar nicht wahrnehmen können. Teilweise ist es aber auch eine Einschränkung des RGB-Farbmodells. Denn im RGB-Modell, im Standard-SRGB-Modell, was wir am Bildschirm hier so normalerweise nutzen, ist tatsächlich der Farbraum nicht vollständig. Das heißt, wir können als Menschen tatsächlich mehr Farben sehen, als hier dargestellt werden. Da könnt ihr euch mal die CIE-Norm-Farbtafel angucken, wenn euch so etwas interessiert. Und dann seht ihr, dass es verschiedene Modelle gibt und dass dieses SLGB, was wir üblicherweise am Monitor benutzen, nicht besonders umfangreich ist. Und vor allen Dingen im Bereich der Grün- und Brauntöne vieles außen vor lässt. So viel soll es aber jetzt gewesen sein. Probiert vielleicht gerne einfach selber mal mit diesem Explorator ein bisschen aus und guckt mal, wie sich die Farben zueinander verhalten. Wenn ihr an irgendwelchen Reglern dreht und sucht hoffentlich für eure Software immer schöne, gut zueinander passende Farben aus. So viel für dieses Video und es geht jetzt dann bald weiter mit dem regulären Inhalt der Vorlesung.